Ah, war klar, dass sie so schlecht waren. Aber die Witch, guckt euch den mal, guckt euch bitte mal an, wie viel Schaden wir der gemacht haben, ehe die down war. Okay, es waren zwei ja. Also richtig, richtig krass, aber wir waren der einzige Nahkämpfer. Ja, aber haben nur... Ja, und wer hat die meisten Super-Zombies gekillt, der Erik. Ne, wir haben noch 20 Schuss, das Land. Leider kann man den Granatenwerfer nicht nachladen. Deswegen lasse ich denen jetzt den Vortritt. Ein Schuss, ein Treffer, liebe Freunde, ein Schuss, ein Treffer. Und der Erik hat die Wasserleichen erhalten, als Auszeichnung. Respekt. Okay, er hat es freigegeben. LOL. Aufpasst, lade nach. Kommt schon schwer auch ein paar Zombies killen. Lade nach. Nur weil ich hier der einzige Depp bin, der mit einer Nahkampfwaffe rumbrengt. Aber ein Schlagzeugnall kann es sagen, die sind extrem prachtig. Kann man so warten, Leute. Granatwerfer. Oh, ein volles Granatwerfer. Lade nach. Halt. Lade nach. Vorsicht. Ich würde jetzt ganz cool killen. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Oh, eine Talantikoff. Wir sind Waffen. Granate. Nein, eine Rohrbombe. Lade. So. Scheint die Britsch umgangen zu haben. Lade. Ne, das ist so nett. Lade. Rohrbombe am Start. Ah, da ist er. Rohrbombe. Seht euch das an. Verdammt der Scheiße. Ich bin getroffen. Hey, lass dich nicht mal wieder platt machen. Das ist so riesig. Puh. Puh. Ich bin getroffen. 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 Was hält? Ach, hier hinten. Na, okay. Gut, äh. Wir haben jetzt schon mehr als die Orientierung. Bei mir so gut wie nur. Okay, ich hab das Level zu auch erst einmal gespielt. Meine beliebte Spiel. Die beliebte. Tenden. Näml. 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 sind ja immer noch das Hotel also war die die erste Kampagne und da war der Tankdown Brandmunition ich lade nach in Deckung übrigens auch ein Grund warum ich meistens der bin der mit der der mit den Granaten herumrennt gegen die Tanks weil das ist echt steuer das ist alles als wären die Dreckszombies nicht schon schlimm genug ok ähm ja zu dem Flugzeug jetzt die letzte Geschichte und zwar er hat das mit ein paar Freunden gespielt und wir sind hier lang gelaufen und geguckt hä müssen wir da lagen, müssen wir hier lagen aber damit wir hier die Tür aufmachen müssen da kamen wir erst sehr sehr spät drauf ja Baby jetzt wird abgefackelt Feuerwerk einer muss die Tür aufmachen scheiß drauf ich mach sie auf jeder schnappt sich in Waffe Herr Waffe macht euch bereit Charger Charger huuuh naja jetzt müssen wir hier rausboxen rausboxen ach laden 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 ich glaub mir geht's nicht so gut Oh mein, oh mein. Moment, ich muss mich verarsten. Vorsicht, Glibber! Oh. Aber den Spitter haben wir doch noch gar nicht gekillt, oder? Okay, das Spitter scheint weg zu sein. Boah, Mist, wir haben nichts mehr. Boah. Außer eine Packung Aspirin. Ich nehme die Tabletten. Was soll uns denn schon eine Packung, eine Packung Aspirin bringen? Es hört sich dick. Ich habe Verbandszeug, falls ihr was braucht. Und sehr hässlich an. Der Schuss! Wir sind Gewehre. Nein! Machete. Meine Machete. Uh, oder wir holen uns die Desert Eagle. Die macht halt auch schönen Schaden. Aber ich glaube, wir bleiben beim Nahkämpfer. Okay. Was wäre denn? Wo denn? Was denn? Was ich auch sehr komisch finde ist, ist das schon mal aufgefallen? Die Zombies reagieren ja angeblich auf Geräusche. Aber wenn wir hier rumschießen und so, das juckt die überhaupt nicht. Oh, warte mal, ich muss mir das mal aufs Klo. Ach, so. Ich spüle hier so einen Rucksack. So. Also, Eric fand ich es lustig. Mein, mach du meine, das ist nur eine halbe Sache. Und das war ein Boomer. Und das war ein Boomer. Hm. Ich hasse die Zungs-Tügel. Ja, doch mal. Oh, die Zungs sahen gerade gleich aus. Oh. Oh. Mach die Lampen aus jetzt. Oh, was? Wow. Rochelle. Oh. Schnapp mir einen Schuss. Die hört sich aber halt auch sehr nah an. Das sind ja echt der Bruchbuden. Hm. Molotov. Kotzflasche. Und tot. Waffen. Hier ist ne Kotzbombe. Molotov. Lade nach. Jeder schnappt sich ne Waffe. Defibrillator. Wo ist es denn? Da ist ein Truck. Fuck. Mist. Da lief es gerade so gut. Phil. Lade nach. Flittergranate. Splitterfutter. Oh Mist. Lade nach. Hallo? Also die Witch ist jetzt schon ganz schön heftig. Also. Richtig, richtig heftig. Die Tabletten sind meine. Gewehre. Lade nach. Ich mein ich hab jetzt äh. Die haben extrem heftig auf die drauf geschossen. Waffen. Was hat überhaupt nicht interessiert. Mist. Oh nein. Ich liebe zu großen Waffen. Sein Tier nach dem Stabern und selbst verletzt. Aber. Das ist es mir wert. Da ist auch schon der Safe-Room. Ich werde geheilt. Naja, wir gehen halt mal rein. Wir sind halt mal nicht so. So läuft die Sache. Jawohl. Und wir waren schon wieder sehr schlecht. Ha, aber diesmal war der Eric nicht der Beste. Hä? Wie ich hab den Tank nix ausgemacht? Ihr habt's doch aber genau gesehen, damit ich hier den Tank... Hier der einzige Tank, der ja da war, war ja der beim Flugzeug. Ich hab doch volle keine auf den drauf geschossen. Ich versteh's net. Ich versteh es einfach nicht. Die Zombies waren auch hier. Wir müssen zum Fluss. Hier rumhängen bringt nichts. Wir haben uns erwischt. Komm, nimm uns mal voll und auf Flanken beschossen. Okay. Ich nehm auch mal eine andere Wasser. Damit ich jetzt auch mal wieder irgendwas mitmachen kann. Achtung! Versagt euch mit Franz ohne den Torräten. Hunter! Jockey! Jockey! Erwischen! Okay, den Jockey haben wir schon mal. Ja, die sind aber alle unwichtig. Wo ist der Hunter? Vorsicht! Jawohl, die ist ja da. Oh, die ist ja da! 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 Ich habe ja nicht mehr Schaden gemacht. Dann passt irgendwas gleich. Mit dem Spiel. Also nicht mit mir. Ich meine, ich bin ja der Beste, den es gibt. Mhm, 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 mhm. Feuerharmonie. Lade nach! Ja doch, Erik, chill doch mal. Super! Feuerwerk! Jetzt wird abgefackelt! Pillen! Lade nach! Adrenalin! Ach, jetzt habe ich V gedrückt! Ah! V wie Nahkampf! Führt hier einen Weg aus dem Dorf? Da! Vorsicht! Wow! Achtung! Was? Ähm... Ja, okay. Lade! Wie war das? ESP? ESP war doch hinterseuch, oder? Ja, gut. Lade nach! Hier habt ihr den Grund für die Zombie-Apokalypse. Ich kann noch mal ranzoomen. Kühe! Den hat man voll in den Kopf geschossen. Haha! Höre ich da gerade schon wieder eine Rutsch? Oh Gott, die Scheiße sind die Brand-Muni! Nicht aufeinander schießen! Du wirst die blödsprinnen! Guck! Äh... Lade! Äh... Okay, aber... Bei der Brand-Muni scheint da ein bisschen Animation zu fehlen. Ach... So... Weg mit der Brand-Muniktion. Die killt die wenigstens wieder. Bam. Oh, jetzt habe ich auch Wasserleichen erhalten. Ich habe gedacht, die hat es schon. Dann kann die rauf. Ja, cool. Wüsste ich noch gar nicht. Okay. Adrenalinschuss!